...und trinkt sie einfach viel länger, als wenn du dir keine Gespräche holst. Also hat man ja abends noch einen Auftritt gehabt, man hat mich ein bisschen zurückgehalten. Bei uns musst du nichts reservieren, bei uns gewinnen wir ab Montag die Tickets, nicht nur für eine Loge in der Comibat XXL, sondern auch für einen ganzen Haufen Konzerte. Fünf Tage, fünf exklusive Einzelfragenkonzerte in einem ganz super kleinen Glaubttheater in Neustadt. Da sind immer nur vier und habt ihr euch dabei. Ich zähle mal kurz auf, mal kurz, wer da weiß. Bam! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020